Kann ich diesmal vielleicht über Platz 8 bleiben? Es besteht ja noch Hoffnung. Halt nicht mehr sonderlich viele, aber es besteht noch welche. Nein, immer noch Platz 8. Ach, das gibt es doch nicht. Null Credits, klar. Pah. Das war ein etwas besserer Run, aber trotzdem nur. Achte. Okay. Ja. Ich mache mir jetzt nichts draus. Hochwasserkanalrennen oder Kraftwerkrennen. Hochwasserkanalrennen. Doch, ich nehme den hier, aber... Was, das war... Äh, nee. Nee, das Rennen war einfach schreckig. Ich weiß nicht, was man von mir da will, bei dem Rennen. Wie ich zwei Sekunden Sechster bekommen soll. Ich würde nie... Oder habe ich da gecrasht? Ich glaube, ich habe gar nicht gecrasht. Ich habe alles, oder einmal, wenn überhaupt... Aber ansonsten habe ich hier alles perfekt und gut. Dann wäre ich halt Sechster geworden, hätte ich nichts gecrasht. Hätte mir aber trotzdem nicht dermaßen viel gebracht. Weil... Aber Erster zu werden... Ein Crash... Von... Erster auf Letzter... Glaube ich irgendwie einfach nicht. Gut, Doppelzerstörung. Auch was Nettes. Auch da hat sie jemanden zerlegt. Sehr schön. Immer wieder gern. Oh, Holes zerstört. Eieiei. Schon einiges an Zeit, was ich bis zum dritten Platz aufholen muss. Ja, man bedenkt nochmal bis zum dritten, nicht bis zum ersten. Hä, war das nicht doch die Kraftwerkstrecke irgendwie? Der E-Zerstörer, ha? Oder Doppel... War doch eine Doppelzerstörung. Aha, Selbstzerstörung im GTF. Warum muss das Teil aus dem Scheiß runterkommen? Egal. Ja, ne, aber den trifft die Welle überhaupt nicht. Klar, die haben auch... Abkürzung. Wer noch verpasst, meine eigene Abkürzung verpasst. Ähm, ja. Tja, dann ist es halt so. Vierter bin ich, da vorne fährt der Dritte. Ist da noch Dritter? Ja. Ist er. Die machen halt diese Schockwellen nix aus. Den fetten... Keine Ahnung, wie der auch immer heißt. Dem fetten Wagen machen die. Nichts. 2,9 Sekunden. Das ist ja echt kaum aufzuholen. Nö. Vor allem nicht mit solchen Schockwellen-Billigdingern da. Ah. Ja, da kommt man ja fast perfekt durch. Natürlich. Vielen Dank, dass ich nur den vierten Platz bekomme, lieber Dale. Der bringt es aber nicht so viel. Du kriegst ja nur den fünften. Oder ich mach einfach einen Neustart und bekomme doch einen höheren Platz. Jetzt bin ich hier einigermaßen vertraut mit der Strecke. Jetzt könnte ich möglicherweise ja was reißen, ne. Doppelzerstörung. Doppelzerstörung. Nicht schlecht. Jetzt wieder vierter. Da vorne fern. Der dritte und der zweite. Der erste sieht man nicht mehr. Crash aus dem Drift raus. Ne. 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 Jetzt ist es vielleicht auch irgendwann mal ein Massencrash. Acht Leute einmal abgedrückt. Nichts. Nur eins zerstört. Na gut, es waren glaube ich keine acht Leute. Es waren nur vier. Aber trotzdem einmal abgedrückt. Nur eins zerstört. Gar kein zerstört. Einmal draufgedrückt. Eins zerstört. Bah. Was ist das für eine Farsche? Ich muss hart driften. Draften. Okay. Bah. Crash. Schon wieder Crash. Ne. Bis zum dritten Platz, Alter. Ich habe dieses Zeichen schon bis zum dritten Platz. Und niemanden erwischt's. Natürlich. Ich fahre nochmal von vorne. Was ist denn das für eine Farsche? Ganz ehrlich. Ich habe hier voll die guten Chancen eigentlich. Gegen die fetten Dinger. Ich habe voll die gute Beschleunigung. Ich habe voll das gute Tempo. Nur gegen diesen Jaguar-ähnlichen und so ein Zeug. Hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht so. Die Privilegien. Wobei, geht doch. Wo ist denn da die Schwierigkeit? Was haben die für ein Tempo drauf? Hallo? Das ist echt unglaublich, ne? Wenn ich das Spiel jetzt mal kurz anziehe. Von der Stärke. Tchum, tchum, tchum. Da will ich Zerstörung. Nice. Dritter. Schön. Eine Sekunde Sprungzeit. Sehr gut. Eins zerstört. Ich bin Zweiter. Jetzt bin ich Dritter. Weil irgendwer sich an mir vorbeigedrängt hat. Und nochmal einer. Weil ich gerade so schön war, ne? Nein. Nein. Ah, Dritter. Sehr schön. So gehört sich... Zweiten Platz. Risch hin. Risch hin. Boah, warum... Wie stecken der denn hier drin? Bitte. Nein. Nein. Zipter. Nein. Ich war Dritter. Pfui. Was soll denn das? Jetzt kann man ganz ehrlich. Liebe Gegner. Zip. Und durch die Abkürzung durch. Vierter. Okay. Schön. Knapp. Macht nichts. Solange nichts passiert ist. Wollte ich ja durch nur Stylisch Drift Punkte bekommen? Gar nicht mal so schlecht, ne? Ist doch richtig, richtig da vorne. Wum. Aufgesetzt und... Und... Natürlich kriege ich den. Boah. Uah, nein! Wie blöd war das denn? Jetzt bin ich Erster, jetzt bin ich Sechster. Jetzt bin ich Vierter. Geht schon. Blanagan zerstört. Zweiter. Und der da vorne. Bitte auch kaputt gehen. Nein. Ah. Nein. Hat mir aber nichts gebracht. Was ist das Problem? Ich bin der Fünfte Pack. Doppel Zerstörung. Nice. Ich bin Dritter, ich will aber Zweiter sein. Ja, Beverty zerstört uns weiter. Ist schon mal... Wart im Gegensatz zu Sechster, Siebter. Und so ein Kram. Geht schon. Hm. Zweiter. 40 Credits. Folge 7. Elite-Rennen in 5 Credits. Gut. Okay, strechen wir das schnell. Spiel freigeschaltet. Gut. Wagen freigeschaltet. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Kubretti GT 500. Das sieht schon fahrbar aus. Also nicht so, dass der Wagen mega schnell wirkt. Irgendwie Elite. Ah, Elite. Elite-Wagen. Aber auch scheiße. So, ich nehme den Kubretti GT 500. Man muss ja das neue Zeug auch mal ausprobieren. Ja, dann wahrscheinlich noch diese Staffel. Oder vielleicht auch noch die nächste Staffel. Wann reicht's auch wieder? Dann wird's Zeit zu rennen und ab in den Urlaub zu fahren. Wortwörtlich. Wirklich so. Aber weiter zu fahren. So, schön Draft. Ja, das ist fast dieselbe Strecke. Hochwasserkanal und Kraftwerk. So, krieg ich die. Krieg ich die da vorne. Ohne großes Powerplay-Zeugs. Wahrscheinlich weniger, ne? Und immer wieder schön was zünden und so'n Zeug. Ich bin Zweiter, ich bin Erster. Hallo? Also, bitte. Zweiter. Ich bin doch kein solcher Noob. Weil ich wahrscheinlich am Ende Zweiter werde. Aber ist ja egal. Solange ich jetzt Erster bin, ist mir alles recht. Boah, knapp. Na, toll. Jetzt hab ich die Abkürzung geöffnet und selber nicht gefahren. Das ist natürlich dämlich. Aber egal. 4,3 Sekunden voraus. Ist auch okay. So, Round 2. Platz Nummer 1. Ding, ding. Ja, kommt zwar zu spät, aber Wayne. Who cares? Und schön alles hinter mir zerstören. Vielen Dank. Sie mir helfen, den Weg hinter mir zu verbarrikadieren und so. Liebe Gegner, ihr seid voll nett und so. Erster bin ich. Arsch, kann ich mich auch selber übrigens. Na und so. Ja, pff. Überholt. Fahm. Boah. Kriegst du dich? Danke. Boah, ich find's echt crazy. Warum krieg ich keinen mit so einem Powerplay? Bin Dritter, Crash. Dritter. Dritter bin ich Crash. Boom. Ja gut, geht Dritter immer noch. Ja, dann ist ja okay. Bin Vierter? Nee, nee. Geht's mal so gar nicht. Geht aber wirklich gar nicht. Und ja, tatsächlich. Dritter. Ah, ich hab ja noch eine Runde. Ah, geil. Kann ich doch noch irgendwas Höheres erreichen. Hoffentlich nichts Tieferes. Crash. Crash. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Bin zu dumm zum Fahren. Das ist irgendwie Crash. Nein, da war kein Powerplay im Spiel. Ich wurde von keinem zerstört. Oder so. Also wenn ich finde, da war drei zerstört worden. Und warum wuckelt's jetzt? Alter, was will das Game hier? Wollen die ganzen Spiele was? Bitte, bitte, liebe Spielehersteller. Gebt einfach alle eure Ideen zu Crytek. Die können's. Ihr könnt's nicht, wie's aussieht. Ja, wenn Crysis 3. Ihr könnt es auf X-Test 3 Technik ansehen. Dort auf dem Channel. Ich werd's wahrscheinlich mal so als Channel Intro reinmachen. Also wenn man draufkommt, sieht man's ziemlich schnell. Boah, und jetzt bin ich Sechster. Nein, was soll der Kack? Warum leckst du? Warum bin ich Sechster? Kid. Crysis 3. In der Aufnahme. Alles Ultra. 1080p. Mit Kantenglättung. Drinnen. Und vor allem, ich drück hier auf... Dings da, der... Wagen geht in Drift. Was soll die Scheiße? Nee, geht überhaupt nicht. Geht in keine Tüte mit den Lecks. Geht in keine Tüte. Das Spiel ist einfach nicht so gut programmiert, wie man's könnte. Nee, ganz eindeutig nicht. Das ist genau das Gegenteil davon, würde ich mal sagen. Habe ich aber schon mal gesagt. Das ist das Spiel. Aber warum leckt's jetzt nach einiger Zeit? Oder brauche ich noch mal eine neue Festplatte? Das ist doch unglaublich. Crysis 3. Ihr wisst doch, Crysis 3. Das Spiel mit den größten... Ja, so bezeichnend mal das größten... Hardware-Anforderungen. Luck. Lacker, Alter. Sechster Platz. Das ist... Nee. No-Go. Hm. Achter Platz, meine ich. Mal auf, du... Nee, ganz ehrlich. Schaut auf XS3-Technik vorbei. Dort habe ich ein Review von meiner Grafikkarte und Crysis 3 dazu. Ja, das ist mein Review. Ja. Und das läuft flüssig in der Aufnahme. So gut, wie es geht. Weil das Spielfach richtig gut programmiert ist. Der Hardware-Hunger hält sich mega in Grenzen. Weil die Leute wissen, was sie tun und nicht wie hier. Klar, das Game ist mega geil. Hat jetzt gar nicht so schlechte Grafik. Klar. Klar gibt's was Besseres, aber klar gibt's auch Schlechteres. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.